herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die pubertät box von rockstar alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung pubertät von rockstar das ganze aus dem jahr 2014 wir haben hier mal wieder eine box aus dem bereich deutschrap jawohl es ist das zweite album von rockstar wir haben hier eine klassische clubbox in schwarz und weiß designt das ganze auf der oberseite auf dem boxdeckel haben hier ein sehr ungewöhnliches cover wir haben hier einmal den interpreten und den albumtitel stehen und dann haben wir hier diverse symbole zwölf stück an der zahl unter anderem hier so ein spielautomat ein fisch sieht nach gotzilla aus spiegelei und speck eine toilette ein helm eine diskette eine rakete also alles mögliche spielt sich hier ab auf der rechten seite lesen wir rockstar pubertät unten in schwarz links auch noch mal die beiden schriftzüge und oben wieder in schwarz auf der unterseite in schwarz dann haben wir noch die beteiligten das ganze ist erschienen über embassy of music und dann haben wir noch einen barcode ok dann schauen wir mal hinein das ganze geht hier auf zu klappen und da kommen wir schon zum inhalt als erstes haben wir hier ein shirt dann haben wir einen aufnäher einen patch das album an sich instrumentals zum album und ein poster so von in die box in weiß wir packen das ganze mal zur seite und nachdem hier diverse sachen noch in folie sind holen wir die mal raus also einmal das shirt und zum zweiten natürlich das album an sich hier haben wir auch noch mal einen sticker einen aufkleber rockstar pubertät mit diesem wunderschönen helm dann werden wir mal das ganze aus der folie befreien so und dann schauen wir doch hinein ok der sticker bleibt uns sogar erhalten der war gar nicht auf der folie drauf so sieht das aus wir haben hier ein bild ein eingerahmtes bild vermutlich ein kindheit beziehungsweise jugend foto vom interpreten von rockstar und das ganze befindet sich hier auf er sieht so aus wie so eine zerschlissene kaputte alte tapete also nostalgie pur hier diese tapete rockstar pubertät und auf der rückseite gibt es dann die tracklist wir haben hier insgesamt zwölf tracks an der zahl und wir haben hier keinerlei features angegeben ist die frage vielleicht sind sie im booklet angegeben also auf der tracklist hier zumindest nicht eventuell gibt es auch keine und dann haben wir hier wieder beteiligte und barcode so dann schauen wir mal hinein als erstes haben wir hier das booklet in der stecktasche schauen wir uns mal an ok also wir haben hier fotos so sieht das aus diverse outfits die hier hängen ok wenn ich jetzt richtig deute ja dann sind das die einzelnen track titel die hier visualisiert wurden also wir haben hier für jeden track eine seite und das ganze ist hier entsprechend visualisiert worden genau also jeder track hat hier sein kleines artwerk erhalten wunderbar auf jeden fall eines der abwechslungsreichsten und farbenfrohsten booklets seit langem zum abschluss gibt es dann hier noch die credits zum album und ein foto wie rockstar mittlerweile aussieht also so sieht der gute mann aus dann haben wir noch eine kleine dank sagung und wieder tapete so dann kommen wir zur cd die ist auch in dieser wunderbaren tapetenoptik gehalten und dahinter dann nochmal das bild also der bilderahmen das bild selbst fehlt an dieser stelle gut das war es zum album wir haben dann noch die instrumentals mit dabei hier wieder ohne bild die tracks hier angeführt so sieht die cd aus und das ganze kommt in einer papphülle jawohl so was haben wir weiter wir haben einen patch in schwarz und weiß mit so zwei rennfahnen renn fahnen ich glaube das sind die ziele ein ziel fahnen dann haben wir hier noch diesen helm das logo des albums und hier wieder den schriftzug rockstar kann man entsprechend aufbügeln aufnähen ein shirt ist auch mit dabei so was haben wir hier wir haben hier ein schwarzes shirt und es sind schon noch mal kurz genau es sind genau die symbole die wir auch auf der box drauf hatten also diese zwölf einzelnen symbole hier in schwarz und weiß allerdings ohne den schriftzug darunter also rockstar und pubertät ist hier dann weggefallen so sieht das aus auf der rückseite haben wir nichts weiter zu sehen komplett in schwarz und wir haben es bei diesem shirt zu tun mit einem screen stars und das ist scheinbar eine untermarke von fruit of the loom in der größe l und das ganze besteht aus 100 prozent baumwolle und ist wo haben wir es made in schon wieder zu sehen hier lesen wir es hier bei dem absatz hier made in marokko grüße gehen raus so dann legen wir das shirt wieder zusammen und kommen zum letzten boxinhalt und der letzte boxinhalt ist ein poster so es sieht schon sehr farbenfroh aus dieses poster wir schauen mal hinein so geht das am besten auf also wir lesen hier oben einmal den interpretentitel den interpretennamen rockstar auch hier auf der kappe noch einmal beziehungsweise es dürfte tatsächlich eine unterschrift sein also hier auf der kappe der schwarze schriftzug der ist hier handgemacht der ist hier mit schwarzem stift aufgeschrieben worden dann haben wir dieses symbol diese rot gelbe weltkugel mit schuhen und cap und brille und hier unten lese dann auch noch auftrag verschwende deine jugend so sieht das aus und das ganze ist dann auch hier so in orange und grün mit so einem balkenmuster gestaltet also dieses orange grüne balkenmuster zieht sich hier komplett um dieses eigentliche motiv ja rückseite ist wie wir sehen können weiß somit einseitig bedruckt in hochformat so dann packen wir das poster wieder zusammen einmal zweimal hier auch nochmal die unterschrift im detail ich hoffe man kann das sehen ja man sieht auf jeden fall dass das hier mit stift nachträglich gemacht oder nicht aufgedruckt ist hier gibt es dann sogar noch so ein kleines herzchen gut wir fassen zum abschluss noch einmal kurz zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte poster im hochformat einseitig bedruckt dann haben wir das shirt in der größe l den patch im renn design die instrumentals zum album die kommen hier in einer pupphülle sowie natürlich das album an sich im digipack mit insgesamt zwölf tracks jawohl das alles in dieser wunderbaren box pubertät von rockstar mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr rockstar unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf ciao